hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen video von uns beiden mir und dem guten kevlar guten tag und ja wir spielen heute wie heißt das spiel rocket league rocket league habt ihr vielleicht von gehört so eine art fußball mit autos und ja ist relativ viel los aber ja auch im bildschirm wir zeigen euch das einfach mal schaut euch mal an ich bin jetzt einfach mal drei gegen drei es ist auf jeden fall eine schöne alternative und also zum fußball zu fifa oder so und ja schaut euch einfach an ok also ich bin rechts ich bin links sitzen eigentlich falsch das wäre mein tor gewesen alles klar es ist genau das war der wichtig ist das richtige tor sieg ja der war sauber hast du dich wie ein tor war das ist das ist noch überhaupt kein ballkontakt eigentor das ist man Stimmt in der Malle ja gut ja auch so also ich bin es jetzt auch zum ersten Mal sieht man wahrscheinlich auch manchmal ist es ein bisschen nervig dass man den Ball nicht nicht ah also auf dem Ball ach so deswegen war das so komisch gerade wo ist der Ball den Mann hier dahinten die Mühe, der haut mich einfach weg und wir wissen auch nicht was da auf dem Boden für Zeug ist und was unsere Controller für komische Geräusche machen aber Prozent weil die Königin macht auf jeden Fall irgendwie Spaß weil Prozent in wenn es einfach kommt ich wollte aber eine Chance geben ja in der Scheiße die Angriffen die Computer die Tore machen ja ja man kann auch springen mit dem x es ist einfach oh oh Alter jetzt war es nicht oh shoot schau mal da hinten ist er komm auf der falschen Seite ja ist der da ich will nicht mehr nein weggeschleudert nein da hinten tschüss nein wieder vorbeigelt hier hier seht ein bisschen mit Skill hat es dann doch zu tun hinten ist Belchen es größer ist als man selbst Mann, der hält wieder hier ja komm es ist aber nicht dass du den Glück kommen musst nein sehr gut gute Arbeit Kollegen ich bin übrigens Party King 2013 oh gutes Tor gutes Tor vor allem zu jetzt sind es erfreut nein was macht denn der Computer hey da gibt es nicht oder so nie Kreis Alter oder beziehungsweise man kann es glaube ich nur einsetzen wenn man so ein Ding einsammelt was hier rumliegt cool jetzt würde mich mal interessieren wo der Fall ist ja ich übernehme ich übernehme nein und mal wieder ja ey das gibt es einfach nicht das gibt es einfach nicht krasse Sache ich helfe denen die schießen mich einfach an tja würde ich sagen dumm gelaufen ne ja zwei Einkommen gemacht läuft ja das war nix ja das war nix da hinten die Musik also ihr seht vom Spielprinzip und von der Idee recht einfach aber recht lustig doch wirklich für was gibt es das gibt es das nur für X äh hier ist Bier keine Ahnung komm da rüber nein es ist halt noch so ein bisschen die Schwierigkeit dass es da hoch geht dass du halt nicht wirklich äh hinter das Tor kommst wenn du angeschossen hast kannst du nichts machen ja 30 Sekunden komm mach noch ein Tor mach noch ein Tor nein wo ist er nein wäre da nicht so zwei Lappen gewesen hätte ich den noch rein reinkriegen können man hallo geilen Salto und ich hab gewonnen ich will ne Revanche natürlich gibt es gibt es die Revanche ist ja ganz klar sagen wir mal 4 gegen 4 ok machen wir das ich muss ok drücken achso ja ja mal 4 gegen 4 ich glaub das ist auch das Maximum ja gut kann man natürlich auch online spielen das ganze dann machen wir wahrscheinlich noch mehr Leute Eigentore ja klicks drücken ja ja mach ich das schon sehr gut ich wollte euch unbedingt mal ein Sieg checken ohhhh ja spring mich da an Gatter es ist fällt jetzt größer ja oder keine Ahnung es sind immer mehr Spieler mehr Spieler ok mehr Bots ne 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 der Gegend sie ne 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 alles klar alles klar du nicht das war der andere ja aber gut ich bin ja noch hinten dran gefahren aber meine Hilfe hat es gar nicht gebraucht das ist blau schlecht die Computergegner sind manchmal nicht miserabel ja genau finde ich eine Täuschungsversorg ein lustiges Geräusch ja wenn es nicht früher ist ja uuuu nein ouch hinten hinten kommt schon, geh schon rein mann Nitro what boah alter dann da ist eine Auto verteidigt so gut von euch ja komm 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 nein ich fang gerade an alles klar nein sich nicht ein nein komm schon nein jawoll nein ich hab's soll machen gut 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 ja ja da ist es zu das Töhrchen gut gut das ist gut dass ein der Ball angezeigt wird woher ist weil sonst äh drehen man doch nachher raus jawoll was 2-2 ok kann man zusammen machen stark gemacht neiiiin 60 kmh steht es da es stimmt da steht sogar nicht auch dahinten der sprung hat sich gelohnt auf jeden Fall nicht jawohl nein nein doch ich hab's ich hab mich sehr so schön angeschossen absolut nicht das für Dusselcomputergegner wo stehen die auch da hallo ich habe es unglaublich ich hab zwei Eigentore gemacht jetzt hab schon noch zwei Tore das Ausgleich und was ist bitte ja 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 da bin ich da auch die um nicht nicht nein der von dir verteidigt sogar Trottl jetzt komme ich vier Oh, er hat sogar relativ langen Druck. Leicht vorbereitet. Ganz, ganz leicht. Unfassbar. Ich finde das Ziel als vorbereitet von mir. Ja, du bist einfach vorbei gefahren. Genau. Ich hab den anderen irritiert. Ja. Genau. Nein, Latte. Gönn dir. Gibt's einfach nicht. Der eine macht Eigentornee, ne? Ja, alles klar. Ja. Sehr gut, weiter so. Der macht Eigentor. Guck dir das an. Ey, du kannst mir doch nicht sagen, dass es keine Absicht war. Ich bin nicht. Alles klar. Ja. Jetzt mal schieße erst. Nö. Ich hab auch erster Ball gemacht. Nö. 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 Hahahaha Hedrick nein Nein Sogar eine Plusgade 2 Eigentore zu, äh 3 Tore Nein fast Nein Sieg Verdammt Okay du hast immer gewonnen Von Entscheidungsspiel Ja Auf jeden Fall 4 gegen 4 Ja Denkmal schon Jetzt werden sie rasiert Jetzt werden sie nochmal Ok gut Los gehts Jetzt bin ich orange Oder warst du noch nicht blau Oh Leute Das ist Absicht Was Was man da gibt Wer schon anfangen Ja ich denke mal das wäre schon Das wäre schon Bisschen Sehr sehr viel Wenn man einfach mit Nitro der Scheiß Ja Einverteidigt Komm ein Nein Nein Der war daneben Das war peinlich Er ständig gemacht Da hinten Nein Nein Was? Ich habe über Kopf Punkt Jawohl Das zählt das Tor für mich Nein ich will das nicht sehen Doch Ich hätte den gerade eben aufgemacht Ah Tom guck Da wäre ich gekommen Ja Los gehts Jawohl Nein komm Alter ich beherrsche das Spiel jetzt endlich Nein komm Schönes Tor Ja Ohne Gegner Ohne Gegner Ohne Gegner Ohne Gegner Bisschen Strategie gehört natürlich immer dazu Wohohoho Alter Also diesmal werde ich jetzt Torjäger Alter Alter Krasse Sache Perfekt platziert Krass Krass Also jetzt läuft es endlich Stirb Das war ja kein guter Anfang mit den zwei eigenen Dorn Aber jetzt Jetzt läuft es Nein Stirb Stirb Nein Weiter gehts Der eine fährt mir schon Was macht der? Der versaut mir die Tor schon jetzt Der versaut mir die Tor schon jetzt Der versaut mir die Tor schon jetzt Was? Ne 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 Kann nicht sein Achja und noch was Man ist eigentlich relativ Ähm Also man ist so konzentriert Dass man Gar nicht mehr auf den anderen Mitspieler achtet Ne Man will einfach nur Tore Ähm Wo ist der Ball? Der ist dabei Ich bin mir runter durchgefahren Da hinten Da hinten Na wohl Ja Ja 4 0 4 0 4 0 Schön Ich finde es geht nach der Zeit Ebener Leuchter muss man sagen Findest du? Find's nicht Nö Doch muss ich es wirklich sagen Wider Alter Maul Wie alle Wie alle Wie alle auf dieses Ding hetzen und heizen Und dann Und dann Einer macht Tor Der Konzept ist völlig weggefahren Ja Ja Und ehrlich Ich werde bestehen Ich werde bestehen Ich werde bestehen Ich werde bestehen Mit ein Tor Ja 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 Nicht gut Nein Was Ich bin vorbei gefahren Nein Oh shit Ach dann guck dir jetzt mich an Ich fahr voll vorbei Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin 66 kmh Und Ordentliche Geistung Ja 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 Alles klar Ne das ist schon Oh Trophäe willkommen Das war Der war in Winkel 95 kmh Das ist Das ist Unhaltbar Ja 7 0 Oder vielleicht auch 8 0 Ah ne der verteidigt Der Ball Oh boah Eine Minute Nein Sehr gut Ey komm das kann doch schon auf zweistellig werden oder Haha Doch Nein Ey Ich liebe dieses Spiel jetzt Nein 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 Also Ein Ohr Ich finde es ganz gut Ich finde es kann doch zweistellig werden Ja 9 0 Ja sehr sehr gut Aber das ist schon ein bisschen lame oder Ja Dass man das einfach so mit einem Ding Wenn man das kann Ja Ja Soll am Anfang haben wir ja auch nicht im Stimmst Stimmt Stimmt Wir wetten jetzt wieder Latte Ich glaube es gibt auch kein Rückwärtsgang Boah 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 Behörde weiß die Lasse Art und aber besser Lotte als ja auf die andere Seite die Träger sind leicht wenn du nicht da aber ein Profi fährt auch mal daneben ok es ist vorbei weiße Weste ja gut Thermikpaketenspur ja das war's dann auch wieder mit dem Video das war's dann auch wieder ja gut gespielt Cutter gut gespielt Kevlar und ähm ja ja würde ich sagen wenn es euch gefallen hat darum hoch wenn nicht dann darum runter ähm und äh oder wenn nicht spart's euch genau spart's euch einfach ne ähm ich würde sagen wir sehen uns das nächste Mal wieder wenn es heißt let's play irgendwas äh und ja ja das war's das war's dann Ciao 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 ihr Lieben und Cut